Die höchste Strafe für Jugendliche in dem mexikanischen Bundesland, die um die Taten begangen worden sind. Jetzt habe ich mich gleich auf den Sparren. Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Shanghai hat Hendrik Feldwehr über 50 Meter Brust eine Medaille knapp verpasst. Feldwehr wurde Vierter, Gold ging an Brasilien. Noch zum Fußball beim Auferkampf in der Münchner Arena spielt der FC Bayern am Abend im Finale gegen den FC Barcelona. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Bereits um 18.15 Uhr spielt Porto Alegre aus Brasilien gegen den AC Mailand um Platz 3. RTL Radio Wetter für das Saarland Luxemburg und Rheinland-Pfalz. Ja, das Wetter wird morgen, ich finde die wieder ein bisschen besser, ne? Wir wollen ja mit den positiven Sachen anfangen, hier bei RTL Radio. Morgen, Leute, wir gehen. Morgen, Morgen, Schluss. Ja, wir gehen. Und in Saarbrücken haben wir leichtes Gewitter, momentan nur 16 Grad. In Saarlouis 16 Grad dazu trocken, aber dick bewölkt. Und hier bei uns in Luxemburg auf dem Kirchberg an den RTL Studios ist es jetzt aber wieder ein bisschen mehr geworden. Wir können auch gleich spielen. Hier bei uns 18.